Erst einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Wir freuen uns, dass Sie alle gekommen sind. Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam jetzt gleich zu essen und mit Ihnen Gespräche zu führen und uns auszutauschen und wirklich, wie das Projekt schon sagt, einen interkulturellen Dialog mit Ihnen zu führen. Für uns ist Wohlstand und Reichtum so heilig, dass wir davon nicht wegkommen wollen. Also, wenn man sagt, Ismail als Symbol für Wohlstand, für Reichtum, aber Allah hat ja eine Weisheit in dieser Geschichte. Er schenkt ein Opfertier. Und mit diesem Opfertier will er sagen, wenn ihr das teilt, auch symbolisch für Wohlstand, für Reichtum, ihr verliert nichts Existenzielles. Ihr verliert, denkt ihr in erster Linie etwas von eurem Wohlstand, aber eigentlich gewinnt ihr. Danke.